Hey friends, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog, wir sind in Rom und ratet mal, ratet mal wer auch hier ist. Oh mein Gott, Leute, fein. Richtig so. Aber ich freu mich voll. Vor allem auch, dass wir es mal geschafft haben, dass wir jetzt zu dritt einfach den Tritt richtig machen, ist wirklich unglaublich, oder? Ist so. Perspektive ist legendär. Geil. Uh. Warte, du bist mir. Boah, hab ich schon Bock drauf. Oh. Hey friends, it's a new day. Wir haben es ready gemacht, haben noch ein bisschen gechillt. Und jetzt geht's los. Wir wissen, ne doch, wir gehen frühstücken. Das wissen wir. Jetzt packe ich jetzt meine Tasche, ich nehme auf jeden Fall meine Comoro mit. Alle meine Kameras. Ups. Ähm, hier Film, Kamera, Kamera, Kamera. Zehn Kameras gefühlt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, sind wir beide hyped. Und es hat gerade eben richtig heftig geregnet. Und ich hoffe, es regnet heute nicht nochmal, weil, finde ich gar nicht so lustig. Ähm, and yo. Wir freuen uns. Leute, das Wetter schallt gerade etwas rein. Ähm, also so ein bisschen sehr bewölkt. Wir stehen hier gerade so. Ich schau gerade noch hin. Wegen dieser Mini-Bedachung. Ähm, also ganz kurz nochmal. Ist das da? Ja. Ähm, ja. Und wir schauen mal was mit. Egal, wir machen das Beste draus. Ja. Hier ist es zumindest voll hell im Vergleich zu unserem Verlies dazu. Ist das wirklich ein Verlies? So, trotzdem voll schön. Voll toll. Ähm. Das Gebäude sieht voll schön aus. Das ist echt ein schönes Gebäude. Da ist die Baustelle. Und das ist echt ein Schuss. Zu ach, ich bin immer noch aufgeregt. Und das ist es nicht so schön aus. Das war ich eigentlich. Und das war es sehr wichtig. Das war's für heute. Musik Es ist so krass, so volle Haare zu haben. Was? Es ist irgendwie so krass, so volle Haare zu haben. Mensch, habe ich ein tolles Date. Und dann auch noch so die Ingwer-Dinger. So krass. Schaut mal, Leute. Tastes test. Die Nudeln an sich schmecken sehr gut, aber ich hoffe, dass das geht. Ich meine, sehr basic. Ich habe es reken. Die Nudeln an sich. Die Nudeln an sich. Die Nudeln an sich. Töne. Ich habe es reken. Süß, das war ganz voll cute. Wir sind jetzt wieder zurück im Airbnb. Jetzt kam unser Essen an. Wir haben Sushi bestellt. Du hast bei Chris Brown das Konzert gesehen, wo der das Handy so geahnt hat. Ey, er hat es so. Hä? Ja. Kann er. Weil er ist Chris Brown. Und zwar einmal... Was soll das sein? Einmal Trüffel... Wow, Trüffel Sushi. Und wie hieß denn die Dinger? Äh, Gyoza. Ich habe keine Ahnung was das ist. Teigwaschen. Ich hoffe, die schmecken so wie... Oh, dafür brauch ich eigentlich das süße, aber süße. Schatz! Hey! 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 Ich hoffe, die schmecken wie Frühlingskorn. Das wäre nein. Guten! Wow, die Pessertie ist unnähtig. Wir sind gerade on the way zum Frühstück oder Mittagessen. Das ist halb zwei. Das ist doch immer so zu echt. Eins, zwei, drei. Das ist so toll! Get catched! Das ist so toll! 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 Befo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Schöp-me-lörte, we'll see you! Hallo! Hi. Walking to our city sisters! Woohoo! Winter! 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 Hi! Amen. Musik Die anderen machen Fotos. Ich laufe jetzt rum. Ja, sie sind jetzt so viele Menschen. Viel zu viele Menschen und so viele Unfälle. Aber die werden sie da. Ich hab euch lieb. Don't fall, my little ladies. Musik 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 Schwarz Musik zug Heath Musik Who cares? Who cares. Hi. Hey. Hey, Kelsey. That's fine. Thank you. For ladies. Please. I know. Not approved. Not approved. I know. 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 So, Leute. Wir sind jetzt endlich aus dem Haus raus gekommen. Wir haben jetzt glaube ich schon gleich halb drei oder so. Ja, wir hatten heute einen sehr slowen Morgen. Aber. Nicht jeden Morgen. Nee, aber es ist jetzt ein bisschen ein Apartment. Es ist so sauer, düster und dunkel. Ja. Aber jetzt sind wir auf dem Weg. Wird gut. Ja. 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 춤��. Ja. Das heißt. In der Irнуть. Wie. Das ist mitmachen. Genau. Ja. Ja. I just wanted you